Digitalisierung – Investition in die Zukunft Digitalisierung – ein Wort, bei dem viele Unternehmer gleich an teure Investitionen denken. Dabei bieten bereits kleinere digitale Innovationen große Chancen entlang der Wertschöpfungskette ihrer Firma. Diese Maßnahmen sind förderfähig und machen Ihr Unternehmen fit für die Zukunft. Entwicklung – Daten sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Mit ihnen können Sie beispielsweise digitale Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen entwickeln. Mit Software- und datenbasierten Produkten wie 3D-Druckern und Apps erweitern Sie das Angebot für Ihre Kunden. Produktion – Roboter übernehmen komplexe Arbeiten, überwachen sich komplett eigenständig und informieren bei Ersatzteilbedarf selbst den Hersteller. Dadurch sparen Sie Zeit und Aufwand. Datenverarbeitung – Die gesammelten Daten über Ihre Kunden und Märkte werden miteinander verknüpft und Algorithmen erzeugen daraus selbstständig Handlungsoptionen. Infrastruktur – Alle datenverarbeitenden Geräte sind miteinander verbunden und speichern Ihre Daten im eigenen Rechenzentrum oder in einer Cloud. All das erfolgt papierlos, was Ihnen Zeit spart und Fehler minimiert. Sicherheit – Damit Ihre wichtigen Daten beispielsweise nicht durch versehentliches Löschen, technisches Versagen oder Hackerangriffe verloren gehen, können individuelle Sicherheitskonzepte Schutz gewährleisten. Mitarbeiter – Ihre Mitarbeiter werden fortlaufend in der Anwendung neuer Techniken geschult. So fallen Sie nicht hinter die Kompetenzen der Wettbewerber zurück. Kommunikation – Die Kommunikation mit Ihren Kunden wird erleichtert. Sie können sie unmittelbar auf Ihren Mobilgeräten erreichen und auch die Kundenpflege kann detailliert dokumentiert werden. Marketing – Website und digitale Kanäle Ihres Unternehmens müssen potenzielle Kunden ansprechen. Dabei helfen beispielsweise Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing oder Online-Bestellmasken. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Mit passenden Förderkrediten der KfW. . Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020